Heute möchte ich mal über das Vorbereitungstraining für den Langlauf sprechen, von Winter. Das wird einteilt in drei Perioden, Vorbereitungsperiode 1, 2 und 3. In der ersten Periode, da ist vor allem allgemeines Training angesagt, Radfahren, Laufen, ein bisschen Krafttraining, Kraftausdauertraining. Das ist ganz wichtig, um eine Basis zu schaffen für die ganze Saison. Im Mai fängt das normal an, am 1. Mai fange ich zum Beispiel zum Trainieren an und das ist eigentlich so in der Szene normal. Da fängt eigentlich jeder an in der 18. Woche und das läuft dann eigentlich so, dass man die ersten zwei, drei Wochen relativ ruhig trainiert, damit man eben den Körper wieder ans Sommertraining wohnt, eben ans Laufen, ans Radfahren, weil vom Wintertraining ist man natürlich das Radfahren überhaupt nicht gewohnt, das Laufen nur bedingt. Und Krafttraining natürlich macht man im Winter auch weniger. Da ist ganz wichtig, eben im Kraftausdauertraining anzufangen, damit man eine Basis kriegt. Das geht auf die gleiche Schiene wie beim Ausdauertraining. Danach im Juni wird nach der Umfang erhöht, die Trainingsmittel bleiben gleich und die Intensität bleibt noch sehr ruhig. Also ruhige, lange Einheiten, auch ganz lange Parktouren, ein paar ganz lange Radtouren, vier, fünf, sechs, sieben Stunden, weil es schafft acht Stunden, das ist ganz wichtig. Ende Woche oder so ist es meistens sehr intelligent, damit man dann danach einen Ruhetag hat und unter der Woche eben zwei Krafttrainings, beziehungsweise dann auffüllen mit Laufen und Radfahren. Die zweite Periode, das ist dann Juli, August, September. Da wird nachher ein bisschen spezieller trainiert. Also im Juli wird schon mehr Ski gerollt, wird speziell auf die Technik geachtet. Im August dann natürlich noch mehr. Die Intensität bleibt immer noch relativ ruhig, kommen ein paar interessivere Einheiten dazu, ein paar Intervalls, aber eben nicht übertrieben. Parkläufe sind ganz, ganz gut fürs Training. Die geben viel Kraft oder Kraft in der Oberschenkelmuskulatur und Wadenmuskulatur, beziehungsweise natürlich im ganzen Beinbereich, wenn man das mit Stöcken macht. Natürlich auch im Oberkörper zusätzlich Muskeltraining. Das ist eigentlich ein Spitzentraining und ich mag das eigentlich recht gerne und trainieren recht viel bei uns daheim, weil bei uns ist es super gegeben. Da kann man das in Reutag super trainieren. Weiters im September geht nach dem Umfang ein bisschen runter, so circa die zehn Prozent. Und da wird aber die Intensität erhöht, damit man ein bisschen schneller wird, weil sonst mit dem ganz langsamen Training, die ganze Zeit wird man doch eher langsam in der Muskulatur, wird man nicht spritzig. Da ist es ganz wichtig, dass man eben im September mal einen Monat ein bisschen ein bisschen reindrückt, ein bisschen reinhaut, Schrittsprungpyramiden macht, Intervalltraining macht, auch immer ganz harte kurze Sachen macht, wie keine Ahnung, vier mal vier Minuten Vollgas oder so. Also nur einmal, dass die Muskulatur eingereizt wird, dass das ganze organische System einmal auf die Belastung gewohnt wird, damit eben der Körper die ganze Geschichte vorbereitet wird vom Winter. Im nächsten Block, das ist dann der dritte Block, da ist dann ganz wichtig, Oktober, November bis Mitte Dezember ist wichtig, auf die Ski zu kommen, dass man eben die ganze Kraft und beziehungsweise die ganze Kondition, die man sich erarbeitet hat, dass die nach auf den Ski gebracht wird. Also da heißt es Kilometer fressen, vor allem eben Gletscher am Anfang, wenn möglich, und dann später, wo Schnee ist, in Skandinavien, und wenn es keine Möglichkeit gibt, halt schon, ja, jetzt sind eh Ski-Tunnels in der Nähe, ist zwar, ja, ein bisschen schwierig natürlich mit den Ski-Tunnels, weil die langen Einheiten sind da vielleicht nicht ganz so toll zu machen, aber man könnte ja zum Beispiel eine Stunde in den Ski-Tunnel oder eineinhalb Stunden und nachher noch eine Stunde draußen mit dem Ski-Roller, dass man mit einer Reisgleite-Technik auf dem Ski-Roller weiter fortführen kann und konzentriert weiterlaufen kann. Nachher bringt man das eigentlich ganz gut hin. Und da ist auch ganz wichtig, eben die Intensität wieder ein bisschen runterzunehmen, den Umfang wieder ein bisschen zu erhöhen, damit man eben wieder die Basis vom Winter schafft. Nachher von Mitte Dezember weg eigentlich, dann muss man wirklich hinhauen, den Umfang geht runter, harte, intensive Trainingseinheiten, damit man nach Mitte Jänner in Form kommt. Und da hast du dann wirklich hobeln, 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 rausnehmen, ruhig trainieren, wieder schnell, schnell, schnell und ganz wichtig, viele harte Intervils trainieren, damit man wirklich im organischen Sektor auf den Schuss kommt und dass man fit wird. Bei mir ist noch speziell eine Vorbereitung vom Wasserlauf, da mache ich noch speziell einen kurzen Block, wo ich hart trainiere. Auch im Großen und Ganzen, wie gesagt, wichtig ist jetzt im Sommer und trainiert es gescheit im Sommer, weil das, was ihr da arbeitet, das habt ihr noch im ganzen Winter vor dem Zert. Und im Winter sind ja bloß kleine Korrekturen möglich und dann natürlich ist es schwierig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020